Moin Leute, Daniel hier aus der Fiale geworden. Ich wollte euch heute einfach mal ein paar Tipps zur Akkuflege geben. Wichtig ist dabei beim ersten Nadevorgang einmal den Akku komplett leer zu fahren, bis gar nichts mehr geht und einmal komplett aufzuladen, damit der Akku seine volle Kapazität kennenlernt. Während des normalen Betriebes ruhig häufig teilladen, bedeutet, wenn der Akku nur noch 70% aufweist, einmal komplett wieder voll laden, damit die Ioden die ganze Zeit in Bewegung bleiben, wirkt sich positiv auf die Lebenszeit des Akkus aus. Ein bis zweimal im Jahr sollte der erste Ladevorgang wieder wiederholt werden, und zwar einmal den Akku komplett leer fahren, einmal komplett wieder aufladen. Vom Lagern her ganz wichtig, den Akku im Winter zum Beispiel mit reinnehmen, bei Raumtemperatur lagern und beim Laden genau das Gleiche. Am besten empfiehlt sich eine Raumtemperatur beim Laden zwischen 10 und allerhöchstens 30 Grad, damit der Akku auch nicht überhitzt. Das war's von mir, ich wünsche euch viel Spaß mit eurem neuen E-Bike. Schönen Tag noch! Untertitelung des ZDF für funk, 2017